Book 2 60 In der Bank Ich möchte ein Konto eröffnen. Hier ist mein Pass. Und hier ist meine Adresse. Und hier ist meine Adresse. Ich möchte Geld von meinem Konto abheben. Ich möchte die Kontoauszüge abholen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Ich möchte einen Reisescheck einlösen. Wie hoch sind die Gebühren? Wo muss ich unterschreiben? Ich erwarte eine Überweisung aus Deutschland. Hier ist meine Kontonummer. Hier ist meine Kontonummer. Ist das Geld angekommen? Ich möchte dieses Geld wechseln. Ich brauche US-Dollar. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Bitte geben Sie mir kleine Scheine. Gibt es hier einen Geldautomat? Gibt es hier einen Geldautomat? Wie viel Geld kann man abheben? Wie viel Geld kann man abheben? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Welche Kreditkarten kann man benutzen? Bitte besuchen Sie www.book2.de für Bücher und Texte.